stefan raab ist zurück es sah aus wie ein april scherz jetzt ist es wahr geworden in den letzten fünf tagen hat er nicht nur 2,8 millionen follower auf instagram aufgebaut sondern auch einfach mal 15.000 tickets für seinen dritten kampf gegen regina halmich innerhalb von fünf minuten oder so vertickt was steckt wirklich dahinter ist vielleicht sogar der anzeigen hauptmeister eine kunstfigur von raab und das wird jetzt alles offen gelegt habt die letzte nacht mal ein bisschen recherchiert und macht für euch eine kleine comeback analyse dr espressus am start und wir gehen rein wer es nicht mitbekommen hat und vielleicht über ostern sein handy weggelegt hat kurze zusammenfassung raab hatte ein instagram profil mit einem einzigen bild bis dato am kfreitag erschien dann ein reel wo elton ihn quasi am see vorgefunden hat ja er am angeln und elton sagt ey wir müssen mal über dein comeback verhandeln muss man wieder was machen raab sagt in dem moment ja okay können wir schon machen ich habe eigentlich keinen bock aber wenn ich so viele follower habe wie diese wie heißt sie pamela reif weiß natürlich den nachnamen nicht also 9 millionen dann mache ich das entfragt wie lange habe ich zeit er sagt drei tage elton haut ab und das war's dann am 1 april real nummer zwei challenge wurde nicht geschafft aber er hat einfach mal 2,8 millionen follower alle nachrichten haben darüber berichtet auch eine pamela reif oder so hat es in ihrer story geteilt auf instagram aufgebaut ich glaube es hat in deutschland noch nie einer gemacht aber rap sagt okay ja hast dein ziel verfehlt ich bin also nicht am start so dieses reel kam am ersten april deshalb war man sich sicher april scherz dann sagt der elton okay alles klar verstehe ich aber eine rechnung hast noch offen nämlich den fight gegen regina halmich so ich glaube niemand hat in dem moment gedacht dass dieser fall zustande kommt weil wie gesagt es war der erste april cool aufgebaut ja zwei reels eine challenge draus gemacht auch mal eben so ein bisschen macht demonstriert 2,8 millionen follower that's it aber elton tut so als würde er regina anrufen und rap sagt ja also wenn sie am 14 9 zeit hat dann machen wir das okay gesagt getan und jetzt kam gestern die seite online eventim und er hat wirklich 15.000 tickets verkauft ich selber habe mir eins geholt weil ich wissen wollte ob vielleicht das noch dazugehört beim black friday gibt es immer verlängertes cyber weekend und cyber monday dachte vielleicht hat rap irgendwie so einen verlängerten ersten april ja und tut auch so als würden server abstürzen und sold out aber nein ich habe eins gekauft und es wurde auch abgebucht also ich habe es bezahlt also ich glaube das würde ein bisschen zu weit gehen wenn das dann am ende doch ein april scherz ist und er nicht antritt also er wird 15.000 tickets sind weg dazu kommt jetzt noch als letztes dass der anzeigen hauptmeister ab ersten märz oder seit dem ersten märz auch auf instagram aktiv ist und zwei reels gemacht hat die quasi so eine art verlängerung von der storyline sind das heißt im wald findet er das auto von stefan raab und will dem halt so ein falsch parken ticket geben so das erste ist komplett abgegangen das zweite nicht so das hat er gestern abend um 22 uhr gepostet wo er dann das kennzeichen revealed und das kennzeichen ist irgendwie köln sr und dann das datum von dem fight und dann kam natürlich die spekulation von vielen medienblättern ist vielleicht der anzeigen hauptmeister eine kunstfigur von rap das wäre schon krass ein jahr irgendwie eingeschleust reportagen darüber und so weiter und deshalb mache ich heute auch die podcast folge um diese sache mal so ein bisschen aufzuklären kurzes wrap up stefan rappt die letzten zehn jahre ja was ist überhaupt passiert also 2015 oder davor muss man sagen ich sage es euch ganz ehrlich könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben oder bei spotify auch abstimmen aber tv total war meine kindheit also ich habe das jeden abend geschaut puller alarm als er diese sachen auf seinen stream deck ja jetzt hat man es auf dem stream deck er hatte früher so ein so ein pult wo er die ganzen witzigen einspieler drin hatte und so weiter jeden abend geschaut der typ hat sendungen überzogen hat quoten rekorde gebrochen der hat gar kein fick gegeben dann aber cut von heute auf morgen ja über sein privatleben wusste man immer wenig aber dann war komplett weg 2015 aus dem tv zurück letztes bild was im netz aufgetaucht ist von 2017 ich weiß er war auch 2018 noch mal auf so einer konferenz aber da gibt es auch keine bilder mehr im hintergrund hat er allerdings einiges gemacht 2018 schlag den star als produzent 2018 bis 20 das ding des jahres 2019 hat er dann seine anteile an seinen shows und auch seine anteile an brainpool verkauft und zwar an den französischen medienriesen banijai soll dafür wohl 9,5 millionen kassiert haben im gegenzug hat er von banijai deutschland aber auch zehn prozent am gesamt unternehmen bekommen problem hier das ist alles übrigens gerüchteküche soll es wohl schon so ein bisschen zu unstimmigkeiten gekommen sein weil er quasi so ein bisschen das zepter von seinen formaten aus der hand gegeben hat logischerweise hat es ja verkauft und da kam er wohl nicht so ganz mit klar dass die leute dann was machen konnten sozusagen wo er nicht sein okay gibt 2020 hat er dann die erste hellys team für wm gemacht kopfball tischtennis turnier als moderator übrigens hier elton 2020 faymaker dann hat er als die pandemie war aus dem eurovision song contest den free eurovision song contest gemacht auch hier war produzent und hat dann auch täglich frisch geröstet mit knossi produziert was dann nach 40 folgen eingestellt wurde für den für tv now so 21 war er logischerweise am comeback von tv total beteiligt und 22 tv total wog wm tv total autoball wm und turmspringen sogar dann für rtl das waren die zehn jahre also ihr seht er war nicht im vordergrund sondern er war so ein bisschen strippenzehr sein kreatives genie hat er schon in diese formate reingegeben ende 23 hat er sich dann aus dem unternehmen brainpool zurückgezogen und auch aus der produktionsfirma rtv und jetzt kommt der entscheidende punkt eine neue firma gegründet und zwar zusammen mit dem ex pro 7 boss daniel rosemann und die neue firma heißt rap entertainment so auf linkedin haben die gepostet wir haben viel vor ja wir wollen mit einem großartigen team viele neue idee ins neue jahr starten und das erste projekt ist auch schon bekannt nämlich während der fußball europameisterschaft macht er das rtl em studio alle spiele tore emotion ja das wird von jan köppen und elton gemeinsam dann moderiert oder dadurch geführt und da geht es um die höhepunkte der em das heißt neue firma mit dem ex pro 7 chef heißt er selber und man kann das auch sehen der zweck sozusagen dieser neuen firma ist die entwicklung und produktion und auch durchführung von tv format das der stand und jetzt zum comeback und ich habe da vor allem mal vier punkte punkt nummer eins gönnt mir den letzten sieb ich habe vier stunden gepennt oder so ist die elton challenge als machtdemonstration so zumindest interpretiere ich das an der stelle natürlich viel meinung subjektives empfinden als april scherz getarnt meiner meinung nach super smart weil auf der meter ebene ist es eine macht demonstration aber mit so einem doppelten boden das heißt die fallhöhe ist begrenzt warum weil hätte man es geschafft ich bin mir gar nicht sicher ob sie vielleicht vermutet haben man könnte es schaffen aber das war glaube ich nicht wichtig weil hätte man es geschafft hätte er gesagt okay ich mache mein comeback ich feite gegen halmich so haben sie es nicht geschafft und elton sagt aber du musst eine fehde zumindest noch austragen also irgendwie der out kam wir in beiden fällen der gleiche gewesen und dadurch dass es am ersten april war ist es nicht so richtig ernst gemeint diese challenge er sagt ja auch ich habe eigentlich gar keinen bock aber wenn es unbedingt sein muss und jetzt macht er trotzdem den kampf also ich glaube er hat das gut gelöst um sozusagen zu demonstrieren ich schaffe das einfach mal dass alle über mich berichten ich schaffe das auch dass alle darüber berichten und folgen obwohl 99 prozent denken es ist ein aprilscherz logischerweise und schocke dann alle einfach mal in denen es keiner ist und das bringt mich zu punkt nummer zwei boxkampf als verlängerung einer bekannten storyline das ding ist mal ganz ehrlich ich feiere das rab universum ja was er selber geschaffen hat mit elten dem praktikanten ich weiß noch ganz genau die sendung wo er introduced wurde auch diese fehde mit halmich nur beide charaktere die hier oder alle drei eigentlich sind momentan nicht relevant naja die sind momentan nicht relevant die sind nicht das sind keine pamela reifs oder montana blacks oder so und trotzdem verlängert er einfach seine bekannte storyline und schafft es damit diesen hype zu erzeugen das finde ich ist schon ein riesen pluspunkt das zweite ist der boxkampf an sich ist auch natürlich in dieser brand storyline wieder den anschluss von damals auch wenn es nicht 1 1 ist sondern tatsächlich halmich 2 0 deshalb ist müsste eigentlich keinen dritten kampf geben es wäre natürlich noch schöner wenn es wirklich 1 1 stünde aber er bleibt einfach in seiner in seinem universum und man munkelt ja auch dass er influenza nicht besonders gern hat ja es kommt ja auch so ein bisschen in diesen reels rüber sage ich mal er weiß den nachnamen von pamela reif nicht er sagt ja ich will influenza werden elton reagiert so ja okay wie viele follower wissen haben und das ist finde ich halt charmant gemacht gleichzeitig erwähnt man diese leute die dann natürlich auch in die stories packen und so weiter dadurch ist das alles möglich es kommt natürlich jetzt zu einem riesen oha moment wo es halt kein aprilschatz ist und rab selber hat diesen fett suit an ich habe am anfang gedacht das ist ki das nehme ich zurück es ist ein sehr hochwertig produzierter fett suit aber nicht so einer den man einfach nur anzieht sondern der ist glaube ich custom made also ich bin ziemlich sicher dass da vier fünf stunden jemand saß und ihnen das silikon da aufgeklebt hat und so weiter er ist nicht übergewichtig auf gar keinen fall ich bin noch gespannt ob diese kleine fehler zwischen real eins und zwei wirklich einer war weil elton sagt erst du bist haut und knochen er sagt das auch nicht auf so eine ironische art und weise also vielleicht hat elton das nicht so gut geschauspielert das sagt rab ja dann auch sogar noch zu ihm das wäre dann wieder so ein doppeltes ding oder ist es vielleicht wirklich so ein anschlussfehler aber auf jeden fall wollte er einfach nicht zeigen wie er aussieht darum geht es also rab ist ja immer privatsphäre es gibt keine bilder und so weiter das wollte er jetzt noch nicht revielen und deshalb dieser fett zu und es ist halt ja es passt halt sozusagen es ist auf der einen seite super smart weil er will sich nicht zeigen war dann seite auch super plump so nach dem motto ich muss noch trainieren ich bin ganz schön fett so der oha moment war aber vor allem ist es kein april scherz und es gibt jetzt wirklich tickets die leute gehen auf event im genauso wie ich gehe darauf und ich war mir sicher da kommt dann jetzt irgendwie april april oder was weiß ich und dann gibt es halt wirklich tickets mit preisen und du kannst die reihe auswählen beziehungsweise welche kategorie und klicks drauf so also er bleibt in seinem universum ditcht so ein bisschen influencer und die relevanz heute schafft eigentlich mit relativ kalten charakteren einen hype auszulösen und macht das gleichzeitig in diesem box in diesem thema boxen so das ist aber relativ beliebt er hat das halt früher schon gemacht aber jetzt gerade ist es ja auch in dieser influencer welt hot ich meine man denkt einfach nur mal an try max mickey man denkt an jake versus mike tyson und jetzt ist es rabe gegen halmig ntv schreibt heute boah muss das sein ja wen interessiert das habe ich in meiner insta story geantwortet naja mal ganz ehrlich ja egal was man jetzt denkt oder so aber der typ kommt nach zehn jahren wieder die jenzi kennt den kaum noch so nur alte clips irgendwie und er macht 2,8 million follower und verkauft 15.000 tickets in fünf minuten also das ist schon so ich haue drauf und mache was ich will ja und dennoch wie gesagt boxen super smart und er wird boxen ich bin mir sicher aber und das bringt mich halt zum dritten punkt es wird nicht nur dieses event sein ja auch das schreiben jetzt viele erst waren alle april scherz dann waren alle okay weiß ich nicht aber es wird nur dieses event sein glaube ich nicht dran weil so ein box event bringt ja eine sache mit sich und ich habe gar nicht gelesen bisher dass da jemand drüber nachgedacht hat weil ein box event 15.000 sitzen da was ist mit den anderen leuten also was mit der differenz zumindest von den 2,8 millionen die ihm gefolgt sind und denen die ein ticket haben die wollen es ja auch sehen also wer überträgt bisher hat weder rtl den zuschlag noch the zone noch spox noch pro sieben oder whatever und das finde ich ist ein spannender punkt sage ich gleich noch was zu weil die em ja die findet statt vom 14 juni bis 14 juli genau in der zeit produziert er die sendung für die em das heißt ich denke auch dass er in der zeit nicht groß promo machen wird für irgendwas weil dort ist die aufmerksamkeit also stärker als eine em ist rab nicht und das würde ihn ja selber beschneiden weil er das format produziert nur wenn die em vorbei ist dann hat er ja quasi zeit oder diese aufmerksamkeit wieder zu sich zu holen hat ein super erfolgreiches format rausgebracht hat sein box event nur alle tickets sind weg was macht man jetzt und da komme ich jetzt natürlich zu so ein paar spekulativen ideen die abkürzung auf der cap ja ihr habt es gesehen in dem video nwsdwh so das ist erstmal auch wieder ein anschluss an seine storyline hat er früher immer so gemacht ja ich erinnere mich an ich habe es hier auch mal rausgeschrieben stefan sucht den super grand prix star ssds gps so ich weiß gar nicht mehr ob das an dsds damals so ein kleiner ja so ein kleiner dis war so nach dem motto ich gebe jetzt auch allen allen dingen einfach abkürzungen aber das hat er für jedes format gemacht deshalb denke ich dass es auch für ein format steht beziehungsweise für etwas neues so im netz spekulieren zum beispiel viele nie wieder so dick wie heute nun will stefan die halmig wieder herausfordern oder nun wird stefan die windel weichhauen macht keinen sinn weil würde das für sozusagen stefan versus halmig stehen hätte er es ja aufgelöst weil die tickets sind ja jetzt verkauft also warum soll man jetzt so ein geheimnis draus machen außerdem hat die firma von ihm das ganze ja auch angemeldet ja im markenregister die haben sich alle markenrechte gesichert von dieser buchstaben folge für 15 waren und dienstleistungen unter anderem fleisch verarbeitete lebensmittel kosmetika reinigungsmittel und verpflegung und beherbergung von gästen so das ist natürlich eine einmal eine absicherung eine falsche fährte war auch ganz klar aber gleichzeitig ist es auch ein zeichen von damit will man was machen und ich glaube reine spekulation und theorie er wird etwas launchen wo genau das die abkürzung für ist möglichkeiten die ich sehe eigener streaming anbieter der sozusagen das box event als pay-per-view anbietet oder er übernimmt ein teil von einem streaming dienst könnte mir hier sogar rtl plus vorstellen weil ich habe das gefühl dass bei pro 7 und join die verlängerung von oder die das lineare fernsehen besser sozusagen in diese in dieses plus format übergeht als bei rtl ich glaube das funktioniert da nicht so gut sage ich auch deshalb weil von meinen leuten achtung verbrechen wo ich jetzt bei rtl mit am start war haben sich das wenig über rtl plus angeguckt und join ist schon so ein bisschen etabliert für auch viralere formate sei es jetzt mal die die aller judsten hier grüße gehen raus an dich mag an nico und co oder auch andere mit monte und so weiter deshalb könnte ich mir vorstellen eigener streaming dienst oder übernimmt vielleicht sogar anteile von rtl plus verkauft darüber seins oder beziehungsweise beziehungsweise das schließt option 1 nicht aus es ist ein komplett neues format so wo er es ja optimal integrieren könnte wenn das vielleicht gar nicht im linearen fernsehen wäre sondern vielleicht sogar nur als plus option das sind meine guesses schreibt gerne mal in die kommentare und das bringt mich zu punkt 4 nämlich ist der anzeigen hauptmeister in die kunstfigur von stefan raab um es kurz zu beantworten ist er nicht und zwar sage ich das zu 100 prozent wenn nicht klippt das gerne schneidet das raus aber mark my words nope ist er nicht ich sage kurz warum oder erstmal chapeau an niklas hat er super genutzt ja das video hat glaube ich das erste hat über eine millionen views aber er ist es nicht stefan hat einen song gemacht ja ich hänge hier am see ab dieser song ist eingetragen bei der gema werknummer 36 17 15 88 minus 001 eingetragen am 28 dritten stefan raab und stefan raab sein eigenes musik label roof groove musikverlag so der track von niklas ist nicht eingetragen hätte raab aber 100 pro gemacht würde er aus seiner feder stamm deshalb an alle experten die die bild zeitung da befragt hat ja und die da schon den nächsten maschendraht zauern hit oder so sehen leute kommt auf dem boden zurück das wird nicht passieren ich glaube das ist mit der suno ki gemacht und da dauert dieser track ungefähr zwei minuten das zweite ist der elton ruf in dem reel vom anzeigen hauptmeister ist eins zu eins der gleiche chris und ich saßen da gesternacht haben das raus kopiert ist einfach reingeschnitten außerdem ist die szene eins von der swiss card website und der wald ja in dem das gedreht ist einige behaupten dass es hört gläuel wo auch immer aber das ist nicht die szenerie wo elton stefan raab dass sich das ganze abspielt im boot ist nicht elton es sind zwei verschiedene angeruten grading ist ein komplett anderes auch die tageszeit ist eine ganz andere dämmerung und und so weiter beim zweiten video wie gesagt wurde dieses nummernschild revealed das kam um 22 uhr also gestern abend online und um 15 uhr waren die tickets ja schon oder um 14 uhr waren die tickets ja ausverkauft dementsprechend war das auch keine neue news dazu kommt ja glaube also kann ich mir nicht vorstellen dass stefan raab einen damals ja 16 17 jährigen jungen nimmt und dem einfach mal nur um eine kunstfigur zu erschaffen zu einer zu einem kompletten hassobjekt der ganzen nation macht ja also ich denke das würde sich oder das würde der rat nicht machen ich meine er wurde mittlerweile glaube ich verprügelt angegangen und so weiter der müsste ja ein kind instrumentalisieren sozusagen was in dem moment 16 17 jahre ist damit er den wirklich dahin bekommt weil es ist ja nachgewiesen dass letztes jahr der niklas über 4000 4226 anzeigen erstattet hat ja also wie gesagt raab müsste dem mit 16 17 unter seine fittiche genommen hat er nicht so last but not least prognose markenausrichtung stefan raab in 224 auch hier wieder das ist meine meinung ich glaube er hat eine schwierige situation ich bin sicher wenn stefan raab einen test macht ja dann ist stefan raab nicht nur ein kleiner narzisst sondern ich glaube er hat sehr sehr viele punkte bei psychopath und ich meine das gar nicht disrespektierlich habe ich nämlich selber aber ich glaube er ist schon jemand er liebt das rampenlicht aber liebt auch dass er das ausknipsen kann und das war ja schon immer der hat gnadenlos überzogen dem war das völlig egal ob das folge programm nicht mehr gesendet werden konnte das war sein ding er wollte das machen weil er auch in dem moment aber der festen überzeugung war das ist das best was die leute gerade sehen können aber er liebt es eben auch den schalter auszumachen das ist das gegenteil von influenza ja thema parasoziales verhalten stalker und so weiter deshalb niemals wird ein stefan raab ein influenza oder irgendwas er hat einen legendenstatus er hat viel stattgefunden und wie gesagt dann auch zehn jahre jetzt gar nicht deshalb denke ich egal was er launcht er wird eine meter rolle haben und nicht wirklich eine eigene show oder sowas ja der mann geht auf die 60 zu der hat den legendenstatus der jetzt noch mal macht demonstriert der mag das auch dass leute wissen ja ich bin strippenzieher ich kann aber aber er mag eben auch dieses ich mache jetzt wieder aus deshalb glaube ich er muss da sehr vorsichtig mit umgehen darf nicht zu viel posten es wird glaube ich auch vor dem event kann man nicht vorstellen dass er sich wirklich revealed großartig vorher sondern dass dieses ich zeige mich wieder zu etwas ganz besonderen stattfinden wird im besten fall launch von projekt xy was sozusagen auf dieser cap steht und dass er aber ganz genau weiß wie das funktioniert ja der hat schon immer anwälte die das private rausklagen und so weiter die frage die ich mir selber stelle ist wie gut würde auch ein stefan raab heute funktionieren weil schaut man sich das mal früher an thema idiotentest ja die frau von maschendrahtzaun diese rabigramme ich sag's euch ganz ehrlich ich feier das könnt mir gerne sagen wie eure meinung dazu ist aber ich glaube er würde unglaublich schnell gecancelt werden das ist meine meinung weil gesellschaft heute weichgespült wokeness gesellschaft damals einfach drüber gelacht und rab ist nicht woke rab macht ein comeback in dem er in den ring steigt mit einer frau das alleine ist schon ausrufezeichen ich bin sehr gespannt wie ihr das ganze seht aber das ist mein take ich predikte auf dem box event launch für habe meine option gesagt bin sehr gespannt und ansonsten würde ich mich freuen ja wenn ihr diesen podcast rezensiert gibt gerne mal bei spotify so viele sterne wie ihr lust habt oder auch bei itunes schreibt feedback und wenn ihr gerade auf youtube zuschaut dann abonniert doch super gerne und checkt noch mal diese folge ab ist auch sehr sehenswert und dann